ja willkommen mein namen ist an die rolle p und ich begrüße euch zuletzt play star wars battlefront 2 die kampfszenarien ja wir haben schon die ersten vier erledigt jeweils in zwei parts ein paar meine ich habe keine ahnung von was ich rede und wir machen jetzt die nächste die fünfte wird schon schiefgehen und zwar auf muss eislin tattoo mit lando kassian und hans olo haben wir ja schon schiefgehen dabei ist eigentlich nicht geplant aber ihr wisst ja wie das hier abläuft ich schneide hier die ladebildschirm auswahl einfach zu lange dauert und wir sehen uns haben wenn die schlacht beginnt wird gleich oder auch nicht aber das war extrem kurz ich glaube das kann ich sogar drin lassen cool da haben wir ein spiel war denn ich würde sagen land oder noch mal hätte nie gedacht dass ich mal in einem schützengraden liege sondern was kann denn der normal ich muss doch mal wieder gucken auch gerade präzisionsschuss ok ich schon wird schon gfg probiert spieler opel agd und ja irgendwie nicht zocken bei mir die zähne betaten über drei wochen verteilt was richtig nervig war jeden tag schmerzen nicht schön und jetzt kann ich nicht mal wieder zocken also ja gerade ein bisschen aufgenommen jetzt ruhig keine schmerzen habe ich habe er bleibt jetzt auch so er war weiterspielen ja höchstlich nicht ich will mal endlich multiplayer spielen aber erst mal wie ich die haben sie darin die erlegung ich auch da macht sinn oder drück habe ich von einem freund für den frei ja jetzt sicher den grund für den kauf kann hat wir können einfach dadurch gucken dem hier das irgendwie nicht gedacht wie man das irgendwie ja gut einsetzen kann aber ich bin kein kämpfer wenn man mehrere sich anreißen wieder steht einfach das kommt das ist ein schmutzig gemacht kannst du sagen ich war ich bin dann eine weile war ich fast anständig so viele zieler wissen sich mal anreinern macht überhaupt keinen spaß nur einen damit zu gegen jetzt hab ich dich ja wohl doch mehr ein bisschen zeit er schießt mich ab ja gut aber der unter verschwunden mal was jetzt passiert wir viel zu erzählen sagen Da ist einer, hier ist einer, Brumbo, na jetzt kommen sie alle da. Ich roste langsam ein. Ach man. Aber schon macht ihr für mich mal kaputt. Alter, ey. Ey, viele Leute ihr seid. Hab ihr Probleme über den Scanner. Wo, 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 wo. Sehr wohl. Ich habe mich voll direkt gemacht, aber wir haben gewonnen. Der hat einer gestorben. Im letzten Moment, wir haben schon gewonnen. Ey, ey, jetzt kippe ich um. Oh, cool. Nächstes Level spielen, ja bitte. Richtig gut, haben sie gut, haben sie mit Updates wahrscheinlich reingepackt. Ne? Ja, schon wieder eine Weile, dass ich gespielt habe. Sehr schön. Und es dauert nicht lange. Ja, guck sich das an. Weil das jetzt die. Das Ziel hier, schnelle Fähigkeiten auf der, doch mit Spielern zum Teilen, die Stadt. Wie soll es statt ein bisschen schwieriger machen? Oh, ich bin da. Oh, werfe Granate! War Meister. Das kann man offenbar haben, das haben wir gesehen. Ziel markiert! Werfe Granate! Oh, oh. Ich geh mal da hoch. Warte mal auf heute zu. Ah! Die Autopäte, die am Auto bitte gesundheitlich. Fangen die schon wieder damit an. Äh, schwer. Ja. Ist da da die hoch. Ich bin aus irgendeinem Grund aufgefallen, ich weiß nicht mehr so. In der Verbindung steht. Kontaktgranate perfekt. Ich dachte die ganze Zeit, ich hab mit dem anderen Kontaktgranate. Werfe Granate! Ich sag mal, jetzt hat er alles gut. Warte. 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 Aufומר! Tadadaaa! Ah! Komm mal einer hier hin. Geht mal auf den Wegg eckehidiota. Granate bereit! Achtung! Granate gewlaufen! Versteht mich alle den Weg. Geht mal auf den Weg. Verdammt. Boah! Geht mir doch mal aus weg. Ich hab's nicht mehr geblieben! Ich hab's nicht gewonnen, ich hab's nicht gewonnen. xD das ist eigentlich so der blöb ist der schlau da war dann nicht das ist die doppelte spieler gesellschaft wahrscheinlich sechs jünger ich noch mal helden verfügbar hans aufhören den kampf also wenn der kapitän des millenium feiern ich möchte nur weh der kapitän des millenium feiern das werde ich noch bereuen oder gefällt aber so war es noch nicht sie persönliche bestleistung ja wir haben noch nie gespielt als zum teufel da kommt einfach fröhlich ich habe schon gewonnen bist du eigentlich sehr gut also hat nächstes szenario direkt spielen jetzt wo die ladezeiten kürzer sind dass er nicht trauen er ist wahrscheinlich schwierig so richtig schwierig die karte die aktiviert keine fähigkeiten schwachen k.i.w. hat aber keine fähigkeiten stimmen verträgt meine granaten werben aber stimmt ja ich habe keine wobei direkt den ernehmlich der mann diesen stärker mit schusswaffen wie können wir das wagen da soll schwachen kann ich sagen ja viel stärker feuer reitig einmal hier an schwache kriya kronen oh gott wir gewinnen wird die schnelle runde werden wahrscheinlich mehrere leute auf einmal warum nicht er dachte ich würde weglaufen wie der kapitän ist mit dem und ich jetzt nur wegen den apel ich den jetzt genommen und dem schaden wir haben gewonnen ja gut war ja schon mal ein schnitt und ob alles hier wunderbar gelaufen ist dann sehen wir uns gleich bei den nächsten hau wieder ab bis gleich da weiter geht's mit kanzler und nummer sechs von der ellen seite es gibt keinen versuchen mit joda und typ weil ich so eine sonderklasse der spezialklasse sondern meine hier gar nix keine aktiven modifikation gar nix okay schauen wir mal joda ich habe noch nie joda gespielt jetzt wo ich nicht mehr so viel aufsteigen muss ich da richtig gemütlich da sind nicht mehr so lange also vorhin waren sie jedenfalls nicht lange und ich muss nicht immer zurück zum hauptmenü haben sie sich wohl meine videos angeguckt gedacht vor der muss aber so viel schneiden dann tun wir mal abgeben hier der drückleister einfach okay wir nehmen mal joda ich will mal gucken oder kann so entfesslung die zurück wirft mit einem blocken fähigkeit schaden block joda mit seiner blocken fähigkeit schaden wird sich kurzzeitig reichweite und schaden von entfesslung oder halt sofort selbst verbindete um ihn herum sprinter tag nach meiner größe beurteilst du nicht da ist einfach nur bachstuhl hier drüben ich bin hier drüben wir sind hier drüben wir haben die schaden hier drüben wir mal springen hier drüben wir haben ins hier drüben wir haben also wir haben uns schon mal ich kann diese so ein dreimal in schneller folge auswählen wie noch zweimal wo ich da die maße sammeln und neuesten 2 die lögen mich an zweimal kann ich doch machen ich darf aber nicht zurück vorstellen joda zu bekämpfen ist richtig schwierig einfach so winzig ist meine war ich dann aus der demo Ich glaube nicht. Von diesen Akkad-Modus. Bereit hier. Komm, ich heile euch. Boah, Joda ist für dich. Ich sehe nicht, warum ich gar zweimal diesen Sprint angriff machen kann, aber... Was soll's? Wer wagt? Meiner. Nach meinem Zugreifen. Du versuchst. Nimm, 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 nimm. Cool. Joda gesteuert. Besser erstmal für ihre Publikum spielen. Nächstes Level spielen finde ich sehr gut, dass die reingebracht haben. Ich spart sehr viel Zeit, ey. Vor ein, zwei Minuten der Ladebildschirm war furchtbar. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich jetzt offline bin aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. So. Blöde ist nur, ich weiß nicht immer, was die Dinger hier sind. Die sind die Aufgaben. Halbe Spieler Gesundheit, schwache KI. Beginne mit Angriff. Mach mal. Wenn sch recently getroffen Okihö, nimm mal bei mir. Schauen wir mal sofort schon. Wer ist noch ein, zwei Leute? Wir sind schon zehn mata. Alter hat sehr viele getroffen ausgezeichnet ehrlich verstärkung verfügbar nachdenken ist okay der hat noch keine erfahrung dieser seitwärts aber man ehrlich versuchen wir nochmal 500 ja okay ich bin mit schiff aus der hand es war wie die habe ich damit jemanden das ist ja gar kein treffen habe ich über so jet und laddie mit schicken wir auf uns gegengen schießen war ein geraden ist ein kunstwerk dadurch im boden gefallen wenn du gesehen wie der namen so laut gefallen ist ja das war gewonnen zwei sieben einfach nur leute haben so sehen sie gehause ja in der herausforderung an und netze die keinen stellung auf experte aber erst nachdem die sternen abgeholt haben da haben wir 70 minikatz langsame fehlte ein doppelte spieler gesünder achten weil ich halte nach schwere geschütze bereich hallo langsame es schützt mich natürlich kommt der ein erstärkung verfügbar geil vielleicht waren wir nicht oder spielen kann was soll ich darauf reagieren man was okay Sechste Startung. Boah, hier überleben Raketenlöcher. Boah. Eine leichte Führung, sehr gut. Boah. Flug für Yoda. Spiel zusammen und Kampfpunkte zu verdoppeln. Cool. Das ist die dritte Mission, ne? Oh Gott. So weit durch die Wand laufen. Das ist gar durch das Ding, das durchlaufen wird. So ein Ding hab ich auch. Natürlich kommst du jetzt von hinten, willst du mich auf den Arm nehmen? Ich hab schon gesehen, wie der hinter mir war. Aber welchen da machen sollen? 1400. Ein. Da fall. Boah. Alter, was geht los? Bin ich das, oder bist du da? Ah. Alter. Na. Der war in meiner Fotos kann ich nicht mehr blocken. Aber klappt. Also schafft man. Boah. Wie schnell die am Gewinn sind wieder. Agath. Oh. Ist so ausgerechnet hinter mir aufdauen? Jetzt ruhig mich hier so positionieren. Boah. Ich mag diese Death Rages nicht, ey. Ich hab lieber so Dings, ja. Aber zum ersten Teil, ich hab noch kein Multifair gespielt. Hier Kampfläufer an. Spawnwesens nicht gegner immer hinter mir. Schon wieder. Was? Ja. Hier geht mal vor. Aber wenn die Vorgehen dann, ich komme immer in Fähre. Da bringt Mir nichts. Sag mir. Ah ha. hier ist kein fall er bringt mir wenig wir verlieren im letzten moment ich habe Schaden ich werde mich weiter so sehr gut war schafft wird genau geschafft sehr gut zwei dinge noch übrig weil jetzt stets war es dann für den part und wir sehen uns dann nächste folge wieder wo die letzten beiden seite machen ist ein schotter